Selbstgebaute Musik Hi, ich bin Manu aus der Runde von Selbstgebaute Musik. Heute mit Leer hinter der Kamera und Hajo am Instrumentenschrank bauen wir ein kleines Schlagzeug selber. Hajo, hast du eine Base zufällig? Dann muss ich mal den Schrank aufmachen. Ich habe hier einen Styroporkasten, da war mal irgendwas drin. Ich weiß gar nicht mehr was. Sehr schöner Styroporkasten, sehr tiefer Sound. Das ist die Bassdrum, die Kickdrum. Man kann es mit diesem Ventil spielen oder auch ohne. Dann genau als nächstes Element sucht der Hajo uns schon mal Schlagel raus. Ich glaube, er hat da was vorbereitet für eine Snare. Wo ist das Gummi? Aha, hier. Um ganz schnell eine Snare zu bauen. Nehmen wir einfach hier ein paar Nägel. Und einen alten Lappen. Kann auch ein neuer Lappen sein. Und dann dieses tolle Gummi. Hast du vielleicht noch eine High-Hat? Das ist zwar keine High-Hat, aber so eine Baum, die kann man nehmen. Aber das könnte man vielleicht als High-Hat nehmen, wenn man es so hinlegt. Dann scheppert es immer ein bisschen. Ich bereite hier noch die Rattenfalle vor. Dass es gar nicht so einfach ist. Sehr gefährlich. Sehr gefährliches Musikinstrument. Und dann kann das eigentlich schon losgehen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. .